Asset Management mit Amtec Beitrag 4 Altersersatz und zustandsbasierter Ersatz Der Altersersatz ist die einfachste Art, das Lebensende eines Assets zu modellieren. Dazu wird lediglich das Baujahr des Assets und eine Nutzungsdauer benötigt. Das folgende Beispiel ist trivial. Ein Asset mit Baujahr 1980 und einer Nutzungsdauer von 60 Jahren müsste im Jahr 2040 ersetzt werden. Das Alter kann als die womöglich einfachste Ausprägung eines Zustands betrachtet werden. Um eine Vergleichbarkeit des Zustands von Assets mit unterschiedlichen Nutzungsdornen zu erzielen, normiert man das Alter mit der vorgesehenen Nutzungsdauer. Somit ist auch klar, dass mit Zustand gleich 1, das Ende der Nutzungsdauer erreicht ist. Als Beispiel sind hier Zustandsfunktionen für Assets mit Nutzungsdornen von 40, 60 und 80 Jahren abgebildet. Der Zustand kann aber nicht nur über das Alter definiert werden. Oft werden Einschätzungen von Fachexperten, zum Beispiel Bewertungen nach Schulnoten oder Messdaten als Zustand verwendet. Dabei kann dann auch die Zustandsfunktion ganz unterschiedliche Formen annehmen. Wird der Zustandswert erhoben, so wird in der Asset-Bewertung und Asset-Simulation das Baujahr-Alter durch das Zustandsalter ersetzt und alle Prognosen zu Ausfällen, Störungen und Risiken, ausgehend von diesem Zustandsalter berechnet und fortgeführt. Es ist aber auch möglich, Zustandsmodelle mit Bonus-Malus-Funktionalitäten zu nutzen. In diesen kann, zum Beispiel, ein eingetroffenes Ereignis den Zustand des Assets verschlechtern und dadurch technisch älter werden lassen. Bei Rohrleitungen wenden wir in der Regel ein 2- oder mehr Zustandsmodell an, in welchem die Ausfallwahrscheinlichkeit sprunghaft ansteigt, sobald ein realer Schaden aufgetreten ist. Wir unterstützen Sie gerne bei der Definition von geeigneten Zustandsmodellen und der Entwicklung von Zustandsfunktionen, basierend auf Ihren Daten, dem Wissen Ihrer Experten und unserer langjährigen Erfahrung.